Servus Camper, ich bin heute auf der CMT 2018 unterwegs und bin am Remi-Stand vorbeigekommen und die haben was total cooles, neues und das zeigt euch mal der Chris, der steht hier neben mir. Grüß euch, hallo. Let's go. Ich zeige euch unser schönes Superprodukt Remi-Ker-Van mit all seinen Featuren. So, es geht los, wir öffnen die Türe. Als erstes haben wir hier oben einen automatisch ausklappbaren Regenabweiser. Der hält euch den Boden und die Küchenarbeitsplatte trocken. Normalerweise tropft es euch auf den Boden, auf die Küchenarbeitsplatte, wenn es regnet. Ja, das Problem habe ich nämlich bei mir auch, dass wenn es regnet, ist zwar schön, aber es tropft irgendwie immer so ein bisschen. Es tropft runter, da kann man gar nichts machen. Unser kleiner Deflektor hier, der so automatisch nach vorne geht, leitet den Regen wirklich ab. Dann bleibt es trocken, es sei denn der Regen kommt sehr schräg von der Seite. Das Ganze funktioniert natürlich im Zusammenhang mit unserer Insektenschutztüre. Da haben wir jetzt einen Klack gehört. Okay, wofür ist das? Hier halten wir die Insekten raus. Dann haben wir aber noch einen Zusatznutzen. Wir haben hier eine schöne Tischschiene. Die kann ich hier fest einrasten. Und ich habe schon mal vorbereitet, dass wir den Tisch von innen nach außen gerollt haben. Also es ist der Tisch, der normalerweise innen in der Dinette ist. Okay. Ich klappe den hier ein. Dann steht da hier. Schauen. Ja. Sonst kann ich ja. Und dann könnte ich mich jetzt hier schön gemütlich hinsetzen und ein Bierchen trinken oder einen Kaffee. Das ist ja egal. Oder egal. Das ist ja toll. Was mir vor allem da echt toll gefällt, deswegen zeige ich euch das auch. Wir können die Fliegen in der Tür trotzdem zumachen. Das geht ja eigentlich bei keinem anderen System. Weil. Ja. Genau. Also Tisch benutzen. Gerne auch mal reingehen. Ich habe noch irgendwie was vergessen. Muss da was aus der Küche holen. Ja. Oder ich bin kurz drin. Ich kann den Tisch draußen lassen. Mach zu. Ja. Komm easy wieder raus. Und kann den Tisch halt jederzeit benutzen. Aber hier bin ich dicht. Das ist eine tolle Sache. Weil heute kannst du entweder oder. Entweder du hängst den Tisch da ein. Oder du schließt. Oder du benutzt das Insektentürolo. Ja. Hier kannst du beides. Super toll. Ist auch easy wieder zu entfernen. Tisch weg. Ich würde sagen, ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung. Wir sind. Die Remis Homepage. Dann könnt ihr da, wenn es die Infos gibt. Ist ja noch relativ neu. Dann könnt ihr euch das genau nochmal durchlesen. Und dann fährst du es weg. Zack. Super geil. Und Abfahrt. Und die Regenrinne klappt auch wieder ein. Genau. Toll. Danke Chris. Danke euch. Ciao. Servus. Ciao.